Seit 2006 sind wir euer Ansprechpartner in Sachen Modellbau in Goslar. Ferngesteuerte Modelle bauen ist eine Leidenschaft, die euch und mich ganz persönlich seit Kindstagen begeistert. Die Freude daran hat mich mein ganzes Leben lang bis jetzt begleitet. Heute lassen wir diese Leidenschaft mit Mini Grand Prix weiterleben. Wir verkaufen in erster Linie Spaß. Unser Team besteht momentan aus meiner Frau, der Katrin. Sie erledigt die vielen kleinen täglichen Dinge. Das geht übers Regale auffüllen bis hin zur Erledigung der täglichen Post. Weiter ergänzt sich unsere Mannschaft durch den Jan. Der ist für den Versand und die Onlineverwaltung zuständig. Ich glaube manchmal wüsste ich auch gar nicht, was ich überhaupt ohne ihn machen sollte. Und nicht zu vergessen ist die Corinne. Sie verpackt im Versandbereich. Und zu guter Letzt meine Wenigkeit, Geschäftsführer und erster Ansprechpartner vor Ort und am Telefon. Vielen von euch erfüllen wir einen Kindheitstraum. Toll ist es auch, wenn ich euch als Eltern- und Kindgespann aufschlagen sehe und ihr eure Freizeit mit der ganzen Familie erlebt. Ein weiteres großes Thema ist der Modellrennbahnbereich, hier speziell Carrera. Da haben wir alles vorrätig. Wir können dem Kunden speziell nach seinen Platzbedürfnissen eine ganz individuelle Bahn planen. Wir können Ersatzteile liefern oder die neuesten Autos anbieten. Einsteiger, die ein Profigerät wollen, erkennen durch unsere Beratung, dass dies oft nicht zweckmäßig ist. Wir legen da echt großen Wert auf die Beratung, dass ihr genau euer Modell bekommt, womit ihr zufrieden seid. Das Schöne ist, viele von euch Stammkunden besuchen uns hier vor Ort und nutzen die Beratung und den Service. Das ist langfristig für uns als Händler sinnvoll und allen voran für den Kunden ein Gewinn und das positive Feedback gibt uns Recht. Das treibt uns jeden Tag an, uns für unsere Kundschaft ins Zeug zu legen. Wenn ihr jetzt also auf den Geschmack gekommen seid, dann besucht uns doch mal hier in Goslar. Euer Mini Grand Prix Modellbau-Team.